Ich hab dich schon total durchschaut. Aufgewachsen in Kansas, stimmt's? Und Mama, die hat immer Apfelkuchen gebacken. Alle mal herhören? Das hier ist Danny. Danny Boy, willkommen in New York. Nimm nicht deinen richtigen Namen. Der Scheißladenbörder, der Mafia. Wir sind eine Gruppe, die für die Rechte von Schwulen kämpft. Was glotzt da so, du Schwocke? Das ist das, wogegen wir uns wehen. Aber unser Kampf muss friedlich sein und dem Radikalismus widerstehen, der sich, wie ich sehe, breitmacht. Ich hab noch keinen einzigen Traum wahr werden sehen auf der Christopher Street Baby. Ich hab kein Zuhause. Ich hab keine Familie, Danny. Es tut gut, wütend zu sein. Sie haben nichts mehr zu verlieren. Ich kann dich nicht lieben, Ray. Das ist nicht der richtige Weg, Danny. Es ist der einzige Weg! Wir veranstalten eine Parade zum Gedenken an den Aufstand. Und wir nennen es den Gay Liberation March. Ich bin dabei. Das Leben ist komisch, oder? An einem Tag steckt man in einem Morast komplizierter, unlösbarer Probleme. Was zum Teufel machst du da, ey? Ich ja!